Die Motto-Fee ist der Heiner heute Abend. Hallo! Hallo! Warum sind wir hier? Du kennst das Motto, oder? Ich habe hier drei Ruppi vorbereitet. Der Heiner wird jetzt eines davon ziehen und es verkünden für alle. Und es gilt auch für alle. Für alle, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich und auch für dich. Dich, dich, dich und dich. Heiner, zieh das Motto, verkünde es laut. Also, ich zieh das Motto. Ich habe das Motto gezogen. Ich habe das Motto gezogen. Das Motto des heutigen Abend lautet Gottes saufen! Und wir pennet! Gut gemacht! Ja! Richtig! Gottes saufen und wir pennet! Ja! Schon wie die Hanna! Kennst du die Hanna? Ich bin die Mitte hierher! Ne und ich komme hierher! Vielen Dank.